In dem heutigen Video möchte ich die Fragen meiner Kunden beantworten und zwar geht es heute um das Thema Imagefilm und zwar zum Beispiel die Antwort auf die Frage, wie ich einen Kunden aktiv mit in einen Imagefilm ja integrieren kann, wie ich ihn mit einbinden kann. Darum würde es heute gehen und natürlich noch um viel mehr. Nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen hier im Kanal von Kreativfilm. Erstmal schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Ja, in dem heutigen Video geht es um eine Serie von Fragen und Antworten. Das heißt, ich werde mir immer exemplarische Fragen meiner Kunden rausnehmen und die immer in kurzen Impulsvorträgen hier auf YouTube beantworten. Und loslegen möchte ich mit der ersten Frage und zwar eine Frage, die immer wieder aufkommt und zwar wie lang sollte überhaupt ein Imagefilm sein? Das kann man natürlich nur schwer beantworten. Das liegt immer natürlich am Inhalt und an dem, was vermittelt werden soll. Es gibt da natürlich so ein paar Grundsätze. Und zwar aus der Erfahrung her kann ich sagen, wenn man zum Beispiel einen Produktspot hat, das ein hochwertiges Produktvideo beispielsweise bewerben soll, dann sollte man eher kurze Spots für Social Media machen. Das heißt, gängige Formate sind hier 30 oder 60 Sekunden zum Beispiel. Dann gibt es aber natürlich auch Firmen, die möchten sie erst mal vorstellen mit einem generellen Imagefilm. Das heißt, da soll zum Beispiel der Geschäftsführer zu Wort kommen, die Mitarbeiter sollen zu Wort kommen, vielleicht das Azubi-Team, je nachdem. Und da kann man schon sagen, dass man für so eine, ich sag mal, größere Reportage, die sich dann auch ein Kunde wirklich anschaut, wo man diesen Film vielleicht auch an den Kunden verschickt, zum Beispiel per E-Mail. Das kann auch ein YouTube-Link sein. Da kann man schon von Längen von ab 60 Sekunden, vielleicht 90 Sekunden, 120 Sekunden ausgehen. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen einer Reportage und so ein typisches Advertorial, also so eine gesetzte Werbung, wo man natürlich sich dann von der besten Seite zeigt und das Unternehmen erst mal generell vorgestellt wird. Dann gibt es natürlich viele Zwischenformate. Es gibt Recruiting-Filme, die sind auch meistens nie länger als 60 Sekunden und entscheidend ist natürlich immer, an welcher Stelle ich es hier einsetze und was natürlich das Ziel von so einem Film sein soll. Das heißt, möchte ich eher den Abverkauf fördern? Möchte ich meine Agentur vorstellen? Möchte ich vielleicht mal ein Werk zeigen? Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich und danach richtet sich eigentlich immer die Länge für so einen Image-Film. Auf die zweite Frage, die ich heute in diesem Video eingehen möchte, ist die Frage, welche Formate sich eigentlich anbieten für so einen Image-Film, für einen Image-Film-Video. Damit ist es nicht das Format gemeint im Sinne des Inhalts, sondern das technische Format. Und da haben wir natürlich die filmischen Formate, wie zum Beispiel dieses Video, hier ist jetzt zum Beispiel in 60 zu 9 produziert, ganz klassisches Video-Format. Eigert sich ideal zum Beispiel für ein YouTube-Posting. Dann gibt es zum Beispiel das 21 zu 9 Format, das filmische Format, das zum Beispiel aus dem Kino kennen, das heißt dann etwas breiteres Bild oder man könnte auch sagen, wir haben oben und unten schwarze Balken. Und dann, was natürlich jetzt momentan sehr aktuell ist, wenn wir zum Beispiel so an Instagram Reels denken oder an YouTube Shorts, sind halt diese 9 zu 16 Formate. Also eigentlich genau andersherum, das heißt wir haben natürlich mehr Bildinformationen oben und unten und hier haben wir natürlich links und rechts mehr Platz. Und das muss man natürlich so ein bisschen mit dem Filmmacher, mit dem Produzenten zusammen besprechen. Das heißt, wo möchte ich denn später auch wirklich meinen Film einsetzen? Es ist eher für Social Media, bieten sich halt wirklich diese Instagram Reels an, die sind momentan sehr, sehr angesagt. Also da kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, wir beraten ja auch viele Kunden in dem Bereich, wo man die Filme einsetzen kann, dass diese Reels wirklich sehr, sehr spannend sind. Ja und wenn man natürlich einen Film zum Beispiel für die Firm-Webseite macht, da würde sich das natürlich in 16 zu 9 anbieten, das ist so das klassische Format. Und es gibt einfach Motive, sage ich mal, gerade im Landschaftsbereich oder wenn ich davon ausgehe, dass ich sehr viel Weite habe, zum Beispiel auch Aufnahmen in der Drohne, dann bieten sich oft auch diese Formate wie 21 zu 9 an, das heißt wirklich sehr, sehr weites Format, wo man auch wirklich sehr, sehr viel darstellen kann in der Breite. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich, für was man sich hier entscheidet und wo der Film natürlich auch eingesetzt wird, das heißt welches Format. Und das müssen wir natürlich als Filmmacher vorher wissen, das heißt erstmal die Frage, wo soll das Ganze eingesetzt werden, zum Beispiel Social Media, welcher Kanal, wer sieht sich das Ganze an und gibt es vielleicht noch einen zweiten Verwendungszweck, zum Beispiel auf der Firm-Webseite und danach wird der Filmmacher in der Regel entscheiden, was das Hauptformat ist, das heißt zum Beispiel der Dreh in 16 zu 9 und späteren Bearbeitungen dann zum Beispiel in diesem 9 zu 16 Format. Die letzte Frage, auf die ich heute eingehen möchte, das habe ich ja schon angeteasert in meinem Intro und zwar, wie schaffe ich es, einen Kunden wirklich aktiv mit in einen Film reinzunehmen, das heißt zum Beispiel für einen Imagefilm. Stichwort ist hier das Video Testimonial, das heißt wir nehmen uns den Kunden vor sozusagen und lassen ihn ja sehr, sehr motivierend über seine Erlebnisse bei der Firma sprechen. Das heißt, wenn er zum Beispiel ein Produkt getestet hat, wenn du zum Beispiel Erfinder eines speziellen Produkt bist oder wenn du eine Agentur hast, eine Firma, wo es eine spezielle Dienstleistung gibt, dass man den Kunden darüber natürlich lebendig erzählen lässt. Lebendig in dem Sinne, der Filmemacher, also der, ja ich sag mal Regisseur, der hinter der Kamera steht, wird dann natürlich versuchen aus dem Kunden sozusagen das Beste rauszuholen, ihn natürlich zu schauen, dass er gut rüberkommt vor der Kamera, dass die Aussagen, die für so einen Film dann wichtig sind, dass die wirklich dann im Kasten sind, sage ich mal. Das heißt, entscheidend ist hier wirklich natürlich, wen wir dafür auswählen. Das heißt, wir sollten den Kunden da schon aktiv mit abholen. Es gibt einfach Menschen, die vor der Kamera sich etwas wohler fühlen. Dann gibt es natürlich Leute, die das nicht so gerne haben. Und da ist natürlich als Filmemacher die Vorbereitung so wichtig, dass man diesen Kunden dann sozusagen mit vorbereitet für dieses Gespräch, für dieses Interview, um dann halt wirklich auch ein exaktes Briefing für den Kunden zu machen. Die meisten Kunden möchten dann wirklich auch vorher dann die Fragen auch schon mal geschickt bekommen, das ist natürlich auch Aufgabe des Filmemachers. Und das ist halt wirklich die Möglichkeit, aktiv dann auch einen Kunden mit reinzunehmen. Man kann das im Übrigen auch sehr, sehr gut kombinieren. Das heißt, man muss jetzt nicht nur den Kunden den Film machen lassen. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, dass man selber als Unternehmer oder als Firmenchef oder was auch immer dann sozusagen dafür dasteht in dem Film und dann als Gegenpart sich den Kunden holt, der dann zum Beispiel dann gemeinsam das Ganze mitmoderiert. Finde ich auch immer ein sehr, sehr schönes Format, so eine Art Interviewformat. Kommt auch sehr, sehr authentisch rüber, weil man dann so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen abtasten kann. Und haben wir auch schon sehr, sehr oft hier gemacht bei Kreativfilmen, dass wir dann zwei Leute nebeneinander gesetzt haben. Man kann die auch abgesetzt voneinander filmen, also im Einzelinterviews und die dann so gegeneinander schneiden und dann in der Mitte immer schöne, schnelle Schnitte machen, schön modern sozusagen, ja, wo man dann das Unternehmen gut sehen kann. Also diese Videotestimonials sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wenn dich das Thema mehr interessiert, es gibt hier natürlich noch weitere Videos zum Thema Imagefilm, lenne ich dir sehr, sehr gerne hier an der Stelle mal das nächste Video ein. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Wenn du Fragen hast und du auch mal Wünsche hast für ein nächstes Video, dann schreibe deine Fragen einfach hier in den Kommentaren, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich freue mich jetzt erstmal auf den nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.